Moin, Dickermannfilme, der Cora hier. Heute wieder mit Let's Do Was Sinnvolles. Let's Play Shovel Knight. Steel Tide Shovel. Ajo. Der Eisenwal. Wie versprochen. Letzten Teil. Das geht tief. Ja. Tut es. Ja, das Wasserlärm mit Wasserflächen. Das geht tief. Das geht tief. Tö, dem lege ich mich gar nicht erst ran. Tö, dem lege ich mich gar nicht an. 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 Tö, dem lege ich mich an. Tö, dem lege ich mich gar nicht an. Tö, dem lege ich mich 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 an. Tö, dem lege. Tö, dem lege ich mich an. Tö, dem lege ich mich an. Tö ... Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist weg hier? Das sieht sehr, sehr nach Boss aus. Treasure Night! Direkt aus Bioshock! Direkt aus Bioshock! So, nicht mit dir. Das machen wir gerade einfach zu knapp. Viel zu knapp. Und da kommt wieder unsere Shield Knight. Was ist weg? 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 Ne, ne Futtermarker. Und auf zum nächsten Levelsatz. Was ist weg? 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 So, dann sehen wir uns mal das letzte mal Gear Braid. Und dann hat die Folge auch schon wieder ein Ende. Okay, für Achtung gab es mal eins. Stimmt, hat man zum Schluss 100, macht Sinn. So, aber wir, hört uns in der nächsten Folge.